Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3, Rush auf Terran Schnellstraße. Wieder mit dabei ist der BMW Gamer. Ja, aha. Und der X-Freedom, der sich gerade irgendwie gemutet hat, aber machst du nichts dran. Ja, ey. Ja, ich probiere, um euch zu kommen. Ja, läuft doch. Was? Da steht Rush auf Terran Schnellstraße, Alter. Wo fahren wir denn hier lang, Alter? Einen wunderschönen guten Tag. Wünsch ich den Abonnenten von Mike. Oder M.H. Ja, oder M.H. Das M, wie das A. Genau. Ja, Baum, ne? B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.! Echt scheiße dumm! Ey, ich will Panzer fahren. Ich kann voll gut Panzer fahren. Alter, ich habe gerade so einen Lahmpanzer, ne? Wo du mit dem Wasser fahren kannst. Da fährt gerade so ein Vollspacken-Panzer. Aber ich mache hier mal Harte-Verteidiger-Style. Aran Hirei oder wie heißt es nochmal? Ich mag Aran Hirei Du hast das Amtrak Ding ne? Warte ich fahr mal dann kannst du schießen Das Ding ist gleich kaputt Alter Ja das Ding ist kampfunfähig, was machst du auch Alter? Dem Panzer kriegt man nicht platt mit dem Scheiß Ding Alter Achtung hinter dir hinter dir hinter dir Äh 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 Ja toll Ja toll Ich bin jetzt bei Bravo und gleich Blenden wenn ich Bock hab aber mach ich nicht Meinen Spaß Ne das Scheiß Recon hat nicht gekillt Mann der holst du Leute komm doch mal in mein Team ey Jetzt hab ich das M-Com gelegt Stierf und ich geleg dann einfach das M-Com Alter der legt die vier an die Station dran Aber was bist du doch ganz dicht im Gehirn Mann Och Mann ey Ja bist du jetzt wo bist du denn im Gegnerteam oder was Ja Ja super soll mir dann in dein Squad einkommen komm du mal rüber du fetter Bomber Alter Komm auch jetzt rüber Ja komm auch sonst haue ich dich Ey die haben das M-Com zerstört äh Ja dann ey Dom komm mal irgendeinen aus eurem Squad raus bitte Ähm wir machen einen neuen Squad auf Junge Ja ne Junge Warte ich mach einen auf ich mach einen auf ich mach einen auf Eko reicht er da ein Stück mal Eko oder Jakob Hohohohohoetto Mann Ich fühl´n Tänk Ständchen Timゲme wenn du nicht fahren kannst lass es lieber Alter ist das Patrol langsam Wenn dir zu zwei oder 300 Kilometer drin sitzen am dass man fährt das gar nicht mehr Dach Ja ich habs schon muss also erler gleich mal ob rechten feierst du auch nicht aber so nicht für ein bisschen panzer fahren mädchen besitzen eben dran was soll ich mit dem machen was ich mit ihr los heute was ich mit ihr los wo ist der panzer im besitz drinnen nein der gegnerische ok zocker leon schreibt mir hallo youtube du missgeburt du kleiner missgeburt leon leon du kleiner missgeburt ich bin ich jetzt kampferfähig geworden ups das war meine tür mach eifert mach eifert BAM BABABAM T90 willst du mich verarschen was willst du denn ich willst mich schnell oder was ich hab T90 zerstört mit dem M1 ich bin bei Alpha aber ich geh da nicht dran weil der C4 liegt oh mein Gott wie lange ätzend alter hat der kampfunfähig gemacht oder was sagste und von hinten Alter halt die Fresse du kleines Arschloch ja ja ist immer geil wenn die Butter reinkommt wenn man gerade irgendwas aufnimmt ne das hat Stil wer bei mir ey bei mir gerade hat man das nicht gehört nö ja dann ist gut warum was willst du denn achja meine Mutter ist auch nicht reingekommen aber so ey habt ihr nicht mal ein Uncharted Video gesehen wo Mutter reinkommt und mein Fenster aufmacht von hinten von hinten von hinten C4 C4 ja dann steig du raus ja dann steig du raus und mach Quickscope Sniper hast du gekillt? der Barmquixcom Cyberjuge ja ich bin jetzt voll steigt wieder rein rein Boah hast du nicht die SID-Dar-Station freigeschaltet Alter Dono mit der PP2000 Alter hier scheiß dir gleich ins Essen rein du Dachcampermann da oben hast du da alter BMW Gamer alter Kauf dir mal ein Headset Junge alter du kotzt mich schon wieder an ich könnte schon wieder umbringen dein Spaß umbringen wie soll es auch immer ja immer aber weißt du wenn ich jetzt mit Headset zocker verstehe ich gar nichts mehr von Ah ja ich spiele auch gerade ohne Ton Battlefield weil ich direkt vor dem Fernseher sitze und wenn ich meinen Toner hab direkt durchs Headset gehört habe weil ich zu dumm bin mein ähm also was heißt zu dumm zu faul bin mein Dings aufzusetzen mein Turtle Beach Headset wo eigentlich um sieben Punkt Einservonzer und hat aber nein ich spiele gerade ohne Ton vielleicht auch wenn ich ja mal ändern hätte ich ihm sogar herzulicht BABABAHMITMARKER Achtung dann kommt's ja jetzt zu Alpha hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir BABAHMITMARKER Hilfe bei Kill also liegt bei einer Schu... Ja, Mann! Da ist einer! BAM! Gekillt, Junge! Da, vor uns! Mach den Blatt! Ja, gut! Hast'n? Ja, der ist tot! Sauber! Ha! Geklaut! Ja, ich geb' Dinger, ich geklaut, ey! Hast du Reaktivpanzerung, oder? Brauch ich ned! Mach jetzt die einfach nur mal, oder wir noch schwarze... ...eine Bündchen und so wie in den Endkunden. Richtig nice! Hat was, ne? Ja. ALTER, was macht der Panzer denn da? Da diftet der, oder was, Mann? Ey, kann ich fahren? Nee. Kannst du vergessen. Ja. Ja, so. Bleib doch mal stehen, sonst trifft man die doch nicht. Da, zwischen den Haus, rechts. Ja, ey, da geht einer zu eifer! Okay. Warte, bleibt drin, ich reparier. Mein Gott, hast du, hast du denn endlich mal die Leute da hinten tot? Ich schieß grad die ganze Zeit drauf. Ja, mein... Ding muss mal abkühlen. Dein Schweißbrenner. Ja, mein... Der Gerät. Okay, jetzt fahr. Ah! Alter, ich fahr da jetzt direkt geradeaus hin, Alter. Mich scheißegal. Fahr doch zurück! Wir sterben! Ähm... Die kommt von allen Seiten, fahr zurück, lass die lieber so... Einzelnen rausholen. Die Enemies. BAM! BAM! Alter, was weißt du denn jetzt da liegen im Spachomat, ey? Okay, jetzt fahr mal vor. Fahr mal nach links. Zu dem Eindruck. Ja, ein Level 1er oder was, ey? Fäck dich doch! Die im WG in meinem Rage-Modus. Ey, die haben's denn share ab. Ja, weißt du doch nicht... Wann kommen die ganze... Wann kommen die ganze... Ich kreiste Level 1 und machen die da weg, man! Warte, ich platziere. Oh, ey, weiße! Ich los nicht in das M-Com mit dem Panzer. Warte, Jörg, ich hole dich, ich hole dich, ich hole dich. Ich hätte die Schulen können. Ja. Alter, was soll ich jetzt im dritten... Ah, M-Com verstört. Hilfe bei Killmagen! Könnt ihr mich da killen? Von der Seite. Oh, jetzt töte ich mich mit diesem Rocket King... Teil. Alter, ernsthaft? Corned Launcher. Was für ne Scheiße. Ja, genau, ey! Setz du mich fast! Oder so! Spacke! Spacke, man! Spacke, Bart, Junge! Machst du nix dran! Schönen Lustiges! Oh, Panzer! Meiner, 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 meiner! Ey, Jo! Was ist denn so? Ja, geh doch rein! Boah! Alter! Ich hab grad nen Panzer auf den Rücken gelegt, wie ich den Berg runtergesprungen bin! Jo! Ernsthaft? Ja! Ja! Guck da, liegt er auf dem Rücken! Guck da, liegt er auf dem Rücken! Hahaha! Jetzt gibt's Sniper Action von MH, Junge! Machst du nix! Bitte! Ich hab, ich bin kein Reparierer! Ähm, das heißt, plonier! Aber auch egal! Ja, ich bin vorzuhörig, aber ich bin generell! Ja, auch kleine Vorzuhörer! Dann reparier ich ihn halt alleine! GAY! GAY! Oh! Weggeber jetzt musst du einsteigen und musst nen Panzer glauben, Alter! GAY! Nein, so was, Leute! Alter, hast du sowas schon jemals bei mir gesehen? Ja! Haben dich nen LAV? Oh! War doch irgendwie so, oder? Danke! Jaaaa... Ich nehm mich schon wieder gesparte! Oh! Ab zu Bravo Ole, Ab zu Bravo Ole Ole Ich habe das dumpfe Gefühl, dass da einer bei der Funkstation kämpft Alter, du Mist kaputt, das ist meine Hemd, komm, du verfickter Hundesohn Erinnert mich, nach der Runde bin ich immer weg, ne? Alter, ist dein Ernst? Hey, nicht die tote Aufklärer Alter, mach dein schwules Techlight aus, Mann! Die haben Panzer Be- ne! Oha! Beide Einsatzziele wurden neutralisiert, wir haben die Bade ist eingelogt Oha, dein Panzer in den Runde lassen Ich werde da nicht mehr einsteigen, der kann sein, dass du stirbst Anstatt du mir mittelst zu reparieren, ne? Steigst einfach ein Ja, wie soll ich denn reparieren als Medi? Machst du? Machst du Ne, du hast so einen Schraubenschlüssel als Zeichen Bei mir auch Oh Ja, okay Ey, lass dich mal bitte fahren Ja, ich geh los Danke Ne, du kannst da wieder rein, oder hast du noch nicht? Donut 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 Kein Ding Noch ein Panzer Alter, du bist ein fetter Hundesohn, Mann! Alter Alter Du bist ein fetter Hundesohn, Mann! Alter Du bist ein fetter Hundesohn Weißt doch, ich bin dick Ey, reanimier dich doch nicht Ich hab schon seit 800 Jahren eine Sniper in der Hand, Alter Ja Ja, du willst snipen? Ne, will ich nicht Ich hab die falsche Klasse ausgewählt Du vorzuhören Ich hab die falsche Klasse Ja Dann wollen wir Alter, von hinten, weil du nix kannst, Mann! Ja, genau Kennt dich dann mit der AM94 rein in deinem Spackomat, ey Halt doch das Maul, ey Halt doch einfach dick das Maul Jetzt kann ich endlich wieder ein andere...Waithwahr, den kenn ich, joh. Ah, Wazewar, du. Deine Hunde-B ynge. Bock mehr, ey. Huwlywlywlywlyw Und ist kein Pockmer. Andere doon dda? aber wir mussten schon wieder abhauen, Alter. Chill mal, du hast Ferien. Dann lass mal was anderes zocken. Andere Spiele oder Uncharted? Nee, nicht Uncharted. Irgendwas anderes. Alter, ich war so ein geiler Tag, ne? Dann kommt hier so BF3 oder so, dann so BAM, ey. Chill doch mal, Alter. Jeder hat nen Scheiß-Tag bei Battletree. Ich hab auch nen Scheiß-Tag, Alter. Ja, die haben... Ah, aber... Alter, ich hatte gestern schon nen Scheiß-Tag, ey. Versuch mal bei B. Ja, ich bin bei Bravo gleich da. Ich kann den nicht so gut beschützen, wegen... mit Panzer. Ja, ja. Obwohl doch... Ich komm auf dem Dach vom Haus, okay? Nee, mein Spaß. Natürlich. Alter, wie auf der Rückseite von dem hässlichen Haus keine Tür ist, Mann! Die haben Panzer. Kleine Forze, Junge. Juhuuu! Motherfucker! Lass mich doch mal verdammt noch mal durch! Wie die immer hier blockieren, er gönnt dich ausrasten, Mann! Motherfucker! Alter, was ist das denn für Scheiß-Haus, Mann? Mann! Alter, den Fotzkopf, Alter! Na, will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, tschau! Tschüss! Tö. So... Ich hab wieder am... Ich bin erster! Je... Ich will, ich gern beim Rage-Modus... Ihr Lutschis! Haut da rein, tschau! Ihr Lutschis! Ihr Lutschis! Vielen Dank.